Wir sind kaputt, aber die Welt geht weiter, als wenn der Krieg nicht da gewesen wäre. Wir glauben, es ging um die Zukunft. Unsere Zukunft ist tot. Nie, nie darfst du etwas von den letzten Jahren erfahren. Nie darfst du auch nur ahnen, wie es wirklich gewesen ist und was aus mir geworden ist. Der hundertste Teil davon würde dir das Herz brechen. Bin ich denn da? Bin ich wirklich wieder da und zu Hause? Der Krieg ist wie eine Dampfwalze über uns hinweggegangen.